Das hier ist dabei! Camille, tu es nicht! Doch, werde ich! Bist du verrückt? Du bist verrückt, Mann! Hier, bitte, Duck! Danke, Dance, ich bin dir was schuldig! Ah, Mann! Leute, nehmt mich in euer Team auf! Ich will dich aber nicht in unserem Team, okay? Du hast Pech, Kumpel! Ich pfeife auf euer Team, ich hatte gar nicht vor, euch beizutreten! Dann verschwinde, Mann! Benz, Laura, was macht ihr denn hier? Wische es mit dem Lappen gründlicher auf! Ich tue mein Bestes! Ich habe dir gesagt, du sollst es gründlicher machen und streite dich nicht mit der Campusverwaltung! Du hättest deinen Kopf benutzen sollen, bevor du gemalt hast! Künstler! Wie läuft das mit der Erziehung? Mit dem neuen Jungen! Hat er gemerkt, dass er auf dem Campus etwas Schlimmes getan hat? Neuer Junge, falls du es noch nicht weißt, dein Verhalten hat alle Teenager verärgert! Mir sind die anderen egal! Ich will nur, dass Amina nicht sauer auf mich ist! Lass dich nicht ablenken, ich habe noch mehr Böden zu wischen! Überhaupt, nimmst du dir nicht zu viel vor, neuer Junge! Hey, Neuer, Amina hat einen Bruder und der ist echt cool! Wenn er herausfindet, dass du mit ihr flirtest, bist du tot! Außerdem hat Amina einen Freund! Was? Amina hat keinen Freund! Lüg nicht, Steph! Das hat sie schon! Sie haben sich gestern getroffen! Und wenn er dich sieht, bist du auch tot! Ich habe vor niemandem Angst! Ich kann es mir sowohl dem Bruder als auch dem Freund aufnehmen! Mach es besser, Sauber! Neuer Junge, wenn du dich Amina näherst, beiße ich dir ein Ohr ab! Nun beruhige dich! Geh und beiß dich selbst! Ich kümmere mich selbst um ihn! Halte dich aus meinen Angelegenheiten raus! Was starrst du denn so? Mach es gründlicher, Sauber! Sonst putzt du am Ende noch den ganzen Campus! Mach das doch selbst, Sauber! Danz, bist du fertig? Ja, und du? Ich bin auch fertig! Mann, was ist mit dem Toilettenpapier passiert? Danz! Was ist los? Hier ist das Toilettenpapier ausgegangen! Hast du noch was? Ja, ich habe noch was! Und weiter? Was weiter? Gib mir was davon! Aha, klar! Danz, warum dauert das so lang? Gehst du noch in den Supermarkt und welches du kaufen? Nee, nur noch eine Sekunde, Duck! Hier, bitte, Duck! Danke, Danz! Ich bin dir was schuldig! Ah, Mann! Was ist los mit dir? Ich wollte frisches Toilettenpapier! Ist doch fast frisch! Sieh mal! Hier kommt der freche Neuling, der gerne die Wände des Campus mit Graffiti beschmiert! Hey Leute, ich bin Maus! Wollt ihr mich in euer Team aufnehmen? Lasst uns den Neuling in unser Team aufnehmen! Ich glaube, er ist ein guter Kerl, oder? Ja! Kufi, was soll das? Willst du jeden aufnehmen? Vergiss den Neuling! Wir sind schon genug, ja? Wir haben schon so einen in unserem Team! Aber ich sage nicht, wer! Lass den Finger unten! Du bist derjenige, der nur Ärger macht in unserem Team! Du machst nur Probleme! Sag das nochmal! Komm, mach doch! Leute, stopp, 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 stopp! Ich verstehe das gerade nicht! Warum entscheidet Bubble, wer in unsere Crew kommt und wer nicht, hä? Weil ich ein Team aus den Besten zusammengestellt habe und das letzte Wort habe! Oh, jetzt geht's los! Lasst ihr mich jetzt nun in euer Team, oder nicht? Ja! Ich habe eine Idee! Werfen wir eine Münze! Wenn sie Kopf zeigt, nehmen wir den Neuling ins Team auf! Wenn sie Zahl zeigt, dann nicht! Einverstanden, Neuling! Dann wirf sie! Zahl! Ja! Du hast Pech, Kumpel! Ich pfeife auf euer Team! Ich hatte gar nicht vor, euch beizutreten! Dann verschwinde, Mann! Also, ich war's nicht, sondern die Münze hat entschieden! Hast du Kamil angerufen? Ja, habe ich! Er müsste bald hier sein! Mann, warum braucht er so lange? Wir müssen die Ersten in der Turnhalle sein! Kommt er jetzt! Sie werden die Turnhalle besetzen und wir werden es nicht schaffen! Ich bin bereit! Ich bin auch bereit! Hey, Basketballer! Geht nicht in die Turnhalle! Wir werden jetzt dort trainieren! Wer zuerst kommt, darf auch drinbleiben! Home Monday! Neuling, was ist los? Willst du jetzt unsere Spindel mit Farbe besprühen oder was? Leute, nehmt mich in euer Team auf! Ich will dich aber nicht in unserem Team, okay? Wir wissen, warum du bei uns sein willst! Ja, Lehrer Max wird dich rausschmeißen, wenn du keinem Team beitrittst! Aber unserem Team wirst du nicht beitreten! Warum benimmt ihr euch wie Loser? Du bist der Loser und bleib weg von meiner Schwester! Ich habe keine Angst vor dir! Laura, mach die Badezimmertschuhe auf! Ich muss ganz dringend pinkeln! Und ich halte es nicht mehr aus! Ich habe die ganze Stunde durchgehalten! Verdammt! Da klopfen die Mädchen! Wen kümmert's? Sie sollen warten! Ich hab's mal drei Stunden lang ausgehalten! Bansi, du bist so geduldig! Verdammt, Laura! Bist du taub geworden? Was macht sie denn da drin? Hier hängen wir auch noch eine Kamera auf! Okay, gut, Max! Mädels, was ist hier los? Warum seid ihr hier versammelt? Ah, Lehrer Max, wir müssen auf die Toilette! Aber Laura hat sich eingeschlossen und will nicht aufmachen! Laura, alles gut da drin? Vielleicht ist mir was zugestoßen! Chuck, mach auf, okay? Okay, klar doch! Dreh zurück! Bans? Laura, was macht ihr denn hier? Äh, ich hab also... Lehrer Max, ich hatte gerade ein Staubkorn im Auge! Und Bansi hat mir geholfen, es rauszuholen! Ja, genau! Ich hab's dann einfach rausgeholt! Bans, hast du deinen Mund dafür benutzt? Du hast ja einen Staubkorn! Ich versteh alles! Ihr kommt beide in mein Büro! Laura, was zum Teufel? Gabby und ich waren kurz davor, uns in die Hose zu machen! Ihr hättet Geduld haben können! Freundinnen! Bans, du und ich haben uns noch nie so lange geküsst! Moon, bitte! Nimm mal ein bescheidenes Geschenk an! Ich weiß, dass du Kakao liebst, also hab ich ihn für dich besorgt! Bubble, verschwende nicht deine Zeit! Moon mag dich nicht! Ja, du bist nicht ihr Typ! Mädels, mischt euch nicht ein! Ich weiß, dass sie mich mag! Sie ist nur ein bisschen schüchtern, ja? Moon, willst du also meinen Kakao? Ja, ich denke, ich werde deinen Kakao nehmen! Oh, Mädels, ihr hattet Unrecht! Ich bin der Crush hier und jeder weiß das! Moon, willst du wirklich so einen Kakao trinken? Wirklich! Mmh, so lecker! Bring nächstes Mal mehr mit! Was gibt's, Bubble? Wie schmeckt der Kakao? Lustig, wie sie dich überschüttet hat mit Kakao! So schade, dass ich keinen mehr habe hier! Sonst hätte ich ihn quer über deinen Kopf geschüttet! Amina, bitte verzeih mir! Ich habe mich für ein Idiot verhalten! Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit erregen! Aber ich habe so nur alles schlimmer gemacht! Ich verstehe das nicht! Ist heute Flirttag oder so? Bubble mit Kakao? Der neue Junge mit Blumen? Habt ihr das alles geplant? Sieh zu, Bubble und lerne! So macht man das! Und nicht wie du mit deinem Kakao! Danke, Maus! Das ist wirklich nett von dir! Vielleicht verzeih ich dir ja! Ich verstehe das nicht! Was ist hier eigentlich los? Was sind das für Blumen? Oh, jetzt geht's los! Haltet euer Popcorn bereit und lehnt euch zurück! Die Action geht los! Neuling, sind das deine? Kamil, hey, beruhig dich! Tu das nicht! Wenn Lehrer Max davon erfährt, kriegen wir Probleme! Das ist mir voll egal! Ich habe dir gesagt, dass du dich von meiner Schwester fernhalten sollst! Verstehst du das denn nicht? Kamil, er hat nichts falsch gemacht! Ja, er hat sich gerade bei Amine entschuldigt und ihr einen Blumenstrauß geschenkt! Genau, was ist schon dabei? Das hier ist dabei! Kamil, tu es nicht! Doch, werde ich! Bist du verrückt? Du bist verrückt, Mann! Oh, wenn er kaum vorbei ist, gebe ich ihm Mut! Sie wird ihn lieben! Jungs, hört auf! Achtung, Max kommt! Also, was ist hier los? Äh, nichts! Wir haben hier nur rumgehangen! Anstatt hier rumzuhängen, solltet ihr euch lieber auf den Test vorbereiten! Ihr habt noch 10 Minuten Zeit bis zum Unterricht! Was für ein schwieriger Tag heute! Leute, liked das Video und abonniert unseren Kanal! Klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen Episoden! Und tschüss an alle! Bis zum nächsten Mal!